Moin aus Berlin Zulzul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Hier auf meinem Kanal und ja, was haben wir hier gemacht, ne? Wir sind, wir sind ordentlich fleißig. Grundschulaufgaben, alter Schwede. Schaum, 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 schaum. Wo ist sie denn? Ach, die läuft auf dem... Hä, ich wollte sie gerade aufs Band schicken, aber die ist ja hier gerade ordentlich fleißig am Schwitzen. Hä, wisst ihr, was mir auffällt, wer lange nicht mehr zum Besuch war? Ja, das ist Hinsen, Mann. Okay, habt ihr alle nichts zu tun hier, also, ähm, pass auf. Marie, wenn's dir gut geht, Marie. Three lanes. Dann such dir einen neuen Auftrag. Dann machen wir jetzt wieder richtig Asche hier. Wo ist Lena hin? Achso. Na? Na, 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 na? Was gibt's Schönes? Okay, pass auf. Äh, Level 7, 9. 9 ist schon mal nicht schlecht. Wir wollen Level 10. Dann Freelanes mit Kunden chatten. Und wir gucken mal eben, was wir für ein Buch brauchen. Wir brauchen eine Biografie. Und Freelanes, Buch schreiben, Biografie. So, jetzt können wir das nochmal schneller machen. Moment mal. Du bleibst hier. Gut, geh erstmal pinkeln. Okay. Erstmal pinkeln. So, pass auf. Nee, du hier. Ausdauerlauf. So. Du? Joggen gehen. Die hat auch schon wieder zugelegt. Wenn du mit denen keinen Sport machst, dann gehen die auseinander wie Hefeklöße, du. Ist ja nicht böse gemeint, ne? Aber... Ja, schreib mal. Die Post. Die Post. Die Post. Ja, Taboo. Tja, wenn du wiederkommst, kannst du pennen. Warte mal, hat sich das Buch jetzt schon fertig? Nee. Schreiben, Geografie. So, mach hinne. Mhm. An die Gänzen gehen. Die haben schon wieder Fische entdeckt. Dabei gehen die doch nicht mal verangeln. Wie sollen die denn Fische entdecken, Mann? Marie! Ne, nicht Marie. Hier, komm. Abflug. Mach mal. Freelance, Buch schreiben, mach das Ding fertig. Ja, zum hunderttausendsten Mal. Aus der Urlaub, an die Grenzen gehen. Komm, Lena, zeig's mir. Alexa, stopp. Entschuldigung, ich hatte einen Timer gestellt und vergessen. Was soll's. Das ist live, ne? Das muss mit dabei sein. Oh, sie hat das fertig. Dann können wir das gleich zur Abnahme gehen. Ich denke, ich befürchte, ich befürchte, das wird nicht angenommen. Nicht ohne weiteres. Sag ich doch, entspricht nicht unseren... Spricht nicht unseren... Spricht nicht unseren... Na, Otto. Ich denke mal, sie sollte erstmal ausgeschlafen sein und... ...wollte gegessen haben. Ich könnte mal eben gucken. Ähm... Ich bin der Ich bin der wir brauchen eine spülmaschine wir machen das mal eben warum geht denn das nicht warum geht das nicht äh Warum kann ich diese olle Spülmaschine nicht mehr? Ach so. So, okay. Okay. Um. Ach so. Er muss aber auch gesagt werden, ne? So. The one on a Kaffeemaschine. Mikrowellen gibt es auch. Na guck mal, was ist das denn hier? Ein Teekocher. Okay. Okay. Die dürften natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Was ist mit dir? Du musst pinkeln, okay? Mit dir. Die hat auch wieder eine bessere Figur bekommen, ne? Seht ihr das? So wird's was. Du als nächstes. Lena, hast du eigentlich mal Ausaufgaben machen? Komm. Zack. Ich schicke alle aufs Laufband. Gut. Alle. Abgelehnte an den Inhalt überarbeiten. Jawoll. Mach mal. Ach, wir machen eine Zusatzprüfung. Natürlich macht Lena eine Zusatzprüfung. Hoppla. Mal zur Abnahme. Telefon Lena lässt sie ein paar zusätzliche Aufgaben lösen. Es ist ihm lieber, wenn Lena das Prinzip ein wenig später versteht als nie mehr. Sie schließt die Aufgabe dankbar ab und erhält ein paar Zusatzpunkte. Leistungsverbesserung. Klein, aber neu. Oh Gott. Ich glaub, hier, äh, Marie muss auch mal aufs Laufband schicken. Mann, Mann, Mann. Ja, soll sie. Äh, anmachen. Wir werden eher explorieren. Okay. Das puissant. Wie ist der Glaube? Wie ist der Glaube? Oder wie. Senin divorce. находится. Der Mose von Euro. Er sieht etwas Again. Aus denen wird noch was. Ersten Kuss erleben als Teenager. Jawohl. Wir haben übrigens schon wieder überzogen. Wir werden uns das hier jetzt noch kurz angucken. Und dann machen wir definitiv beim nächsten Mal weiter. In der Zwischenzeit schicke ich Marie mal aufs Band. Ach komm, ihr könntet noch mal küssen. Als Teenager geht das schon, Süste. Wow. So soll das sein. So Leute, aber wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich sag mal, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute. Das war's für heute.